Eine der wichtigsten Verteilungen für metrisch skalierte Daten ist die Normalverteilung. Die Normalverteilung wird oft mit der Streuung vom Durchschnitt und der Kombinatorik erklärt. Wir können uns der Normalverteilung aber auch über einen anderen Weg annähern. Und dieser Weg führt uns über die sogenannte Sättigung. Ein Sättigungsverlauf beschreibt den Übergang zwischen zwei Zuständen. Veranschaulichen wir uns das anhand einer idealisierten Marktsättigung. Stellen wir uns zum Beispiel vor, dass wir eine neue Erfindung gemacht haben. Für diese Erfindung gibt es einen konkreten Markt. Dieser Markt stellt unsere Grundgesamtheit dar. Ich habe für dieses Beispiel mit der R-Norm-Funktion einen Datensatz mit 10.000 Fällen erzeugt. Dabei steht die X-Achse in den folgenden Grafiken für die Zeit und die Y-Achse steht für den Anteil der Marktsättigung, wobei die gestrichelte Linie oben 100% abbildet. Die R-Norm-Funktion ist eine Generatorfunktion, die unsere Werte erzeugt. Normalerweise kennen wir diese Generatorfunktion jedoch nicht. Vielmehr versuchen wir mit Hilfe von Messwerten und der Statistik, Rückschlüsse auf diese Funktionen zu ziehen. Kommen wir zurück zu unserem Beispiel und nehmen an, dass wir zur Markteinführung unserer Erfindung einen ersten Kunden gewinnen konnten. Unser Kunde ist sehr zufrieden mit unserer Erfindung und im Verlauf eines Monats redet der Kunde mit vielen Marktakteuren positiv über unser Produkt. Diese Mund-Propaganda überzeugt 10 weitere Marktteilnehmende, unsere Erfindung zu kaufen. Ein Monat nach der Markteinführung haben wir also bereits 11 Kunden. Nehmt wir an, dass alle weiterhin von unserer Erfindung begeistert sind und jeden Monat für jeden bestehenden Kunden 10 neue Kunden hinzukommen. Im dritten Monat haben wir dann bereits 10 mal 11 neue Kunden. Weil wir alle unsere bestehenden Kunden behalten konnten, haben wir nach zwei Monaten deshalb insgesamt 121 Kunden. Denn unsere Gesamtkunden sind ja die 11 bestehenden Kunden plus unsere 110 Neukunden. Nach vier Monaten haben wir bereits 1331 Kunden, weil alle unsere Kunden im dritten Monat jeweils 10 neue Kunden werben. Wir sehen, dass unsere Kundenanzahl von Monat zu Monat immer schneller ansteigt, nämlich ungefähr um den Faktor 10,75. Diese Entwicklung wird als exponentielles Wachstum bezeichnet. Unser Markt ist aber nicht unbegrenzt, sondern hat eine begrenzte Anzahl von Akteuren. Irgendwann werden unsere Kunden nämlich wieder auf andere unserer Kunden treffen und sich gegenseitig begeistert von unserer Erfindung erzählen. Für uns hat das aber keinen Effekt mehr, denn aus Kunden werden keine Doppelkunden. Der Markt beginnt sich aus unserer Sicht zu beruhigen. Während dieser Beruhigung steigen unsere Kundenzahlen nicht mehr exponentiell, sondern nur noch etwa linear. Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist die Sättigung des Marktes jedoch so groß, dass unsere Kunden eigentlich nur noch andere Kunden treffen. Wir merken das daran, dass unsere Neukundenzahlen so weit abnehmen, bis wir gar keine Neukunden mehr gewinnen können. Sobald wir keine neuen Kunden mehr bekommen, haben wir eine Marktsättigung erreicht. Das bedeutet, dass alle Marktteilnehmenden unsere Erfindung gekauft haben und wir ihnen deshalb nichts mehr verkaufen können. Eingangs habe ich gesagt, dass eine Sättigung den Übergang zwischen zwei Zuständen beschreibt. In unserem Beispiel ist der Ausgangszustand, dass niemand unsere Erfindung gekauft hat. Und der Endzustand ist die vollständige Marktdurchdringung, bei der wir allen Akteuren unser Produkt verkaufen konnten. Den Übergang zwischen diesen Zuständen sehen wir in unserer Sättigungskurve. Das untere Ende des Graphen ist die Phase des exponentiellen Wachstums. Der mittlere Teil zeigt die lineare Phase, die fast eine gerade Linie ist. Im oberen Teil sehen wir die Abnahme bei der Marktsättigung, wenn unser Produkt von fast allen Marktteilnehmenden gekauft wurde. Ein zentraler Indikator für die Sättigung ist die Anzahl der Neukunden. Damit messen wir die Veränderung unseres Kundenstands zwischen zwei Messpunkten. Dazu ziehen wir vom einem Kundenstand den Kundenstand der vorherigen Messung ab. Folgen wir diesen Werten, dann sehen wir am Anfang und am Ende der Kurve die größten Veränderungen im Wachstum. Uns fällt als erstes auf, dass die Steigerung aber nicht gleichmäßig verläuft, denn die Höhen der benachbarten Balken schwanken. Diese Schwankungen hängen mit unseren Messabständen und der Generatorfunktion zusammen. Mit der sogenannten Dichte-Funktion erhalten wir eine gute Annäherung des kontinuierlichen Verlaufs unserer Werte, so als ob wir den Zuwachs in Echtzeit mitverfolgen könnten. Wir können uns dieser Funktion beispielsweise mit gleitenden Mittelwerten unserer Neukunden annähern. Dazu berechnen wir für jeden Messwert den Mittelwert für den Wert und n seiner Vorgänger, wobei wir für n ein festes Intervall festlegen. Das kann zum Beispiel 3 oder 5 oder 10 sein. Wir erkennen an dieser Kurve gut, dass unsere Werte der Normalverteilung nicht ganz genau folgen. Unser Balkendiagramm und die Dichte-Funktion zeigen aber nicht zufällig große Ähnlichkeiten mit der bekannten Glockenkurve der Normalverteilung. Die Veränderungen entsprechen nämlich der Steigung der Sättigungskurve. Was wir hier sehen, ist nämlich nichts anderes als die erste Ableitung unserer Marktsättigung. Die Sättigung ist für naturwissenschaftliche, epidemiologische, ökonomische und soziologische Anwendungen und Phänomene gleichermaßen von Relevanz. Dazu sammeln wir regelmäßig die kumulierten Werte. Aus diesen Werten gewinnen wir durch Substraktion die Steigung unserer Sättigungskurve, die wir in einem Histogramm oder einem Balkendiagramm darstellen können. Eine Annäherung der gemessenen Verteilung erhalten wir aus der Dichte-Funktion. In der Praxis stellen sich uns zusätzlich noch ein paar Herausforderungen. Das kann ein sich verändernder Kontext während des Prozesses sein, der zu mehr oder weniger Neukunden führt. Dadurch wird die Sättigung gestreckt oder gestaucht. Die Grundgesamtheit unseres Marktes ist uns meistens auch unbekannt, so dass wir kaum abschätzen können, in welcher Phase wir uns genau befinden. Falls es noch andere konkurrierende Anbieter gibt, dann erhalten wir ein noch undeutlicheres Bild unseres Marktes, denn wir kennen ja Ihre Kundenzahlen nicht genau. Außerdem können sich die Abläufe über Jahre oder sogar Jahrzehnte hinziehen, so dass sich exponentielles Wachstum, die lineare Phase und die Schrumpfung wegen zufälliger Messschwankungen oft nur sehr schwer unterscheiden lassen. Außerdem verlaufen reale Entwicklungen nicht immer gleichmäßig, so dass es zu erheblichen Messschwankungen kommen kann und wir aus den Entwicklungen falsche Rückschlüsse ziehen. Solche Einflüsse auf Messwerte sind charakteristisch für viele Beobachtungen und Studien, aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Also können Sie die Abläufe übernehmen und die Schrumpfung der Spurzusetzungen auszuladen. Kontrolle Einflüsse auf Messwerte sind charakteristisch für viele Beobachtungen –